Ehrlich, womit hab ich das nur verdient? Redest du jetzt von mir oder deinem Job? Okay, Entschuldigung. Sehr gut. Wir zwei werden heiraten. Wir werden heiraten. Ich wünschte, wir könnten es der ganzen Welt sagen. Wir werden es ihnen früher oder später sagen müssen. Morgen? Morgen. Kein guter Zeitpunkt, um zuzugeben, dass wir gegen die Richtlinien verstoßen. Ich höre, du übernimmst für Gwyn. Was? Ich hab ein Telefonat mitgehört. Wir gehen was trinken. Kommst du mit? Die Hälfte der großen Calls kam von ihnen, allein im letzten Quartal. Und? Alles okay? Er befördert mich. Gratuliere. Es tut mir leid. Wieso denn? Ich freue mich total für dich. Okay? Man fragt sich, wie sie auf die Überholspur gekommen ist. Kann sie berichten müssen? Scheiße, Mann. Sieh dir das an und sag mir, was du denkst. Ich arbeite noch an den drei vorherigen. Okay, dann mach das jetzt zu deiner Priorität. Ich bestell dir noch einen. Wo du jetzt mehr verdienst als ich. Was wird denn das? Was das nur ein Spiel ist, weißt du. Und du spielst es sehr gut. Du musst es keinem will pitchen. Ich halte das für keine gute Idee. Wir können hier nicht beide weiter arbeiten. Ich werde nicht kündigen. Diese Firma ist zu meiner Religion geworden. Und sie damit zu meinem Gott. Wenn sie mir diese Gelegenheit geben, gebe ich ihnen alles, was ich habe. Hast du den Verstand verloren? So willst du also unsere Beziehung beenden? Du zündest hier eine Bombe? Oh! Wir tun alle scheußliche Dinge. So etwas schleppt man nicht mit sich ins Büro. Wieso ist es so schwer zu akzeptieren, dass ich diesen Job verdient habe? Ich habe nie eine Chance gekriegt! Nein! Dieser Job ist tödlich für uns. Es kann nicht alles bom, das wir falsch machenとか faktisch! Und das wie erst. So etwas gehen wird. Ganz los. Sieht! Vielen Dank.